Der Seher, er ist zurück. Seine Macht liegt jenseits deiner Vorstellungskraft. Die Schwarzen schwingen. Es ist alles zu spät. Vor genau 13 Jahren wurde ein düsterer Hexenmeister auf dem Scheiterhaufen ausgelöscht. Man dachte, damit sei seinen dunklen Machenschaften endlich ein Ende gesetzt. Doch das war ein folgenschwerer Irrtum. Geron, einem jungen Fallensteller, wurde ein unheilbringendes Schicksal prophezeit. Du bringst das Ende. Wir müssen hier weg. Die werden uns töten. Mach dir keine Sorgen. Feen können tückisch sein. Lass dich nicht von ihr verzaubern. Begib dich nach Aventurien in die fantastische Welt des Schwarzen Auges und hilf Geron, die dunkle Vorsehung zu widerlegen. Wer weiß, was noch geschieht. Sieh dich satt an ihrer schmerzlich vergänglichen Schönheit. Die Zeit verrinnt so schnell in dieser Welt. Das neue Meisterwerk von den Machern der preisgekrönten Spiele The Whispered World und Deponia Das Schwarze Auge Satina aufs Ketten.